Party in White Stitches. Komm einfach rein, Michelle. Komm einfach rein. Michelle, machst du die Begrüßung? Hallo, Leute! Komm, hau mal ein logisches Hey-Ho raus. So wie ich das auch immer raushau. Ich synge das dann so mit Bewegungen alles nach. Okay, okay. Ich kann nicht mehr... Ich soll jetzt doch nur ein logisches Hey-Ho sagen und ich kuchte dazu rum, damit wir die Anmodi hinbekommen. Logisches Hey-Ho... Skala von 1 bis 10. Die beste Begrüßung, die ich jemals hatte. Logisches Hey-Ho! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin. Und ich habe mich schnell geschnappt und zusammen stürzen wir uns heute in einen Modus, den wir vor einigen Tagen im Livestream gezockt haben und der mir persönlich, nachdem ich eine ganz lange Pause davon hatte, wieder extremst Bock gemacht hat. Und deswegen stürzen wir uns jetzt... Ach, der heißt jetzt Attentäter, der Modus. Okay, ich nehme es zurück. Wir spielen nicht Assassin, sondern wir spielen Attentäter. Wuhu! Wenn ihr mehr davon wollt, slayt einen logischen Daumen nach oben durch. Und by the way, Leute, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, slayt den Abo-Button durch und drückt die Glocke an. Und eine, 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 eine wichtige Änderung. Leute, wenn ihr mir auf Instagram folgen wollt, ich heiße jetzt nicht mehr Like-Logo, sondern Logo. Die haben mir einfach den Like geklaut. Fuck! So, ich würde sagen, wir gehen jetzt in Attentäter. Wir sind drin, Michelle. Okay. Wuhu! Hallo, Simone. Bin ich Simone? Hä, nein. Ich auch. Ich bin Sam. Ich bin nicht Sam. Ich bin, ich bin, ich bin I, ich bin Carly von, von iCarly. Oh, den soll ich hier direkt töten. Oh, perfekt. Jetzt soll ich Bruce töten. Oh, Darling, du musst die Hüfte mehr schwingen. So, Bruce. Oh, Bruce. Ich hoffe, den killt niemand vor. Oh, mein Mörder ist nah. Ah! Oh, das war mein Mörder. Okay, gut. So, als nächstes soll ich Bruce töten. Hm. Bist du Bruce? Dö. So, ich hab jetzt ein... Ich sag dir nicht, was ich hab. Nee. Ich kommentier das hier gar nicht. Sonst weißt du ja wieder, was abgeht. Das hab ich im Livestream die ganze Zeit gemacht. Da bin ich am laufenden Band gestorben. Den soll ich töten. So. Werden jetzt noch? Winnie. Hm. Hä? Oh. Ich bin tot. Ja, das war jetzt mal wieder richtig geil. Magic. Äh, 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 äh. Äh, wir haben Gaktus gebissen. Boom! Die Runde ist instant vor. Warte, gleich ist die voll. Gleich ist die voll. Komm, komm. Vier Leute noch. Vier Leute noch. Michelle, wusstest du, dass ich Attentäter bin? Äh, was? Oh, verdammt. Das hätte ich jetzt nicht verraten sollen, oder? So, mal schauen, wenn ich als erstes Ziel bekomme. Auf dich. Ich soll Nick töten, aber ich glaub, das bist du nicht. Weiß ich gar nicht, wer ich bin. Bin ich ein Typ? Ja, ich bin ein Typ. Du kannst auch in dein Inventar gucken. Oder Tab drücken. Da steht das auch dran. Ich möchte aber jetzt nicht Tab drücken. Du bist so faul, Tab zu drücken. Gib's einfach zu. Echt. Umwerfen, Michelle. Einfach umwerfen. Wie soll ich noch mal töten? Nick. Oh, mein Killer ist nah. Mein Killer ist... Oh. Ja. Äh. Ich bin tot. Äh. Du auch? Ja. Jemand hatte mich auf dem Gebissen. Was? Jemand hat dich gebissen? Ich hoffe, die nächste Runde füllt sich jetzt auch mal. Ja, perfekt. Wir sind mindestens diesmal direkt in einer guten Lobby gelandet. Kleiner Funfact. Äh. Das ist das erste Video dieses Jahr, was ich in einem T-Shirt aufnehme. Krass, oder? Cool. Es wird nämlich langsam in meinem Zimmer zu heiß, um mir verdammte Hoodies zu tragen. Ich soll Josh als erstes töten. Bist du Josh? Okay. Das war... Ich bin sehr lieb für ein Mädchen. Das war nicht Josh. Ah. Der hatte... Josh hat braune Haare und nicht blonde. Hm. Ich wurde niedergemetzelt. Das hast du sowas von verdient. Nee. Ah, hier. Verdammt. Wieso bin ich so schlecht in diesem Spiel? Bitte sei endlich mal nett zu mir. Ich erinnere mich noch an die Tage, als du nett zu mir warst. Michelle, wusstest du, dass ich jetzt Attentäter bin? Okay, wollen wir eine kleine Challenge machen. Wer länger überlebt? Auf alle Fälle, zurück zur Story. Story Time mit Logo. Ich war vorgestern einkaufen und wollte mir Snickers-Eis kaufen. Und ich bin ungelogen 20 Minuten ums Kühlregal rumgelaufen. Ich habe kein Snickers-Eis gefunden. Können wir nächste Runde die Challenge erst starten? Ich habe gewonnen. 1 zu 0. Wir machen Best of Five, okay? Das war eine Einspielrunde. Ich wollte dir einfach einen kleinen Vorsprung gewähren. Was kriegst du dafür? Wir können nicht immer mehr wetten. Ich bin schon pleite. Einmal Schläge? Was ist Schläge? Das ist nicht lang da. Okay. Okay. Wir halten fest. Wir legen ab der Runde los. Der Erste, der in Best of Five am längsten überlebt. Oh, oh, oh. Oh, perfekt. Gut, ich habe den getötet. Der darf den Gegenüber auf der Gamescom verprügeln. Ich wollte dir eigentlich nur einen Schlag geben. Okay, okay, okay. Zwei Schläge. Aber wohin? Das darf derjenige sich aussuchen. Nicht ins Gesicht. Dein Gesicht kann man nämlich nicht weiter vorhin stellen. Oh, 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 oh. Mein Killer ist nah. Mein Killer ist nah. Oh, war in dir. Warst du das? Nein. Oh. Hä, wie warst du dann in mir? Bist du tot? Ja. Okay, gut. Die erste Runde geht also an mich. Was gibt es denn zu lachen? Du verlierst. Du bist auf dem besten Weg, so richtig zu verkacken. Du schlägst mich eh nicht. Wer sagt das? Ich kann die Schläge ja auch an jemanden weitergeben, der dich dann schlagen darf. Als ob du so in den Gamescook zu mir gehst und mich einfach verprügelst. Du siehst mich so, rennst zu mir und schlägst mir einfach in die Fresse. Oh, oh, das war der Falsche, den ich geschlagen habe. Hä, wer war denn dann mein Killer? Der da vorne? Ich soll auf alle Fälle Ben töten. Nein, jetzt habe ich wieder den Falschen gehittet. Oh Mann. Ich ziehe mich jetzt einfach zurück und such Ben. Mein Opfer wurde getötet. Ich muss Bobby töten. Hä? Da hatte ich Herzschlag, aber der war es nicht. Ich soll Bobby töten. Warte mal, ist das da Bobby? Nee. Da ist Bobby. War das? Ich war das. Du warst das? Ich bin nicht gebürtet. Es ist gerade mal eins gegen eins. Eins zu eins. Jetzt komm nicht, als ob du das schon halb gewonnen hast. Ja, weil du auch so stark bist. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Tier. Ich soll Aaron als erstes töten. Ich bin eine übelste Poline. Man kennt mich doch. Keineswegs bin ich ein halbes Streichholz. Nein, 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 nein. Oh, Aaron. Perfekt, den habe ich. Du bist einfach Bobby. Oh, oh. Oh, nein. Nein. Nicht sterben, Logo. Nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben, Logo. Nicht sterben. Ich hatte gerade schon wieder Herzschlag. Ist der hier irgendwo in der Nähe? Nee, das war er nicht. Okay. Mein Schwert, bitte. Mein Schwert. Okay, wen soll ich als nächstes töten? Okay, perfekt. So, als nächstes Tanja. 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 Ist das die da hinten? Nee, jetzt soll ich Bruce töten. Gott, kann ich das Papier mal entscheiden? Tanja. Ich. Oh. Nick. Oh. Ich soll immer noch Bruce töten. Der war doch hier gerade irgendwo. Kannst du ihn mal in Ruhe lassen. Bist du das? Okay, Bruce ist gerade gestorben. Ich soll Bobby töten. Oh Mann, kannst du mal treffen. Nein, kann ich nicht. Boah, ich wäre fast runtergefallen. Halt bitte runter. Nein. Bist du tot? Ja. Oh, perfekt. Dann habe ich die Runde ja schon gewonnen. Ich habe die Runde gewonnen. Wie scher, ich würde niemals eine Lady schlagen. Ich bin keine Lady. Ah, die soll ich doch direkt töten hier. Ah, perfekt. So, ich soll Nick töten. Hey, 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 hey. Hey. Okay, hier ist die Idee. Oh, hier ist so dunkel. Ich sehe nicht, was auf der Karte steht. Aaron soll ich als nächstes töten. Ah, da läuft er. Perfekt, den habe ich als nächstes Ben. Dr. Banks? Oh, oh, das war der falsche. Nicht mich töten. Komm, gib mir mein Schwert wieder. Gib mir mein Schwert wieder. Oh, oh, ich habe mein Schwert wieder. Mein Killer ist nah. Oh, Isau. Wirklich? Oh. Du, Isau. Ich kriege Herzschlag, die Anzeige. Ist der gerade hier runtergelaufen? Der mag ich einfach nicht. Könntest du bitte sterben? Nein. Wo ist denn Ben? Und ab wo töten. Okay, perfekt. Den habe ich. Oh Gott, mein anderer Killer ist auch relativ close. Hallo. Ah, nein. Ich gewinne. Warst du Ben? Nein, eigentlich nicht. Bist du sicher, dass du nicht Ben warst? Hast du gerade jemanden mit einem Schwert? Nein, ich habe niemanden getötet. Okay. 2 zu 2. Wie wäre es, wenn wir das nächste Mal um 10.000, 20.000 Euro wetten? Nick ist der. Ja. Hast du mich gerade getötet? Ja. Okay. 3 zu 2. Oh, oh. Mein Killer ist nah. Mein Killer ist nah. War das hier gerade mein Killer? Da ist er. Oh, nein. Nicht dein Schwert werfen. Oh, oh. Oh, da ist er. Da sind meine ganzen. Boom. Okay. Komm. Nein. Mein Schwert hat ihn knapp verfehlt. Das tut mir jetzt aber leid. Wo ist er? Wo ist er? Er war hier gerade noch irgendwo. Wen soll ich als nächstes? Bobby soll ich als nächstes töten, ne? Ah, hier ist Bobby. Ne, das ist nicht Bobby. Doch, das ist doch Bobby. Hey, wieso stirbt Bobby? Ich habe auf Bobby eingeschlagen. Die ganze Zeit? Ich habe geschlagen. Und er ist nicht gestorben. Bist du Bobby? Nein. Eigentlich nicht. Ich habe ihn nicht getötet. Aber bin trotzdem jetzt tot. Ja, ich habe Zwiebeln in den Ohren. Also weiß ich, wie ich dich verscheuche. Mit Zwiebeln? Manchmal aus Langeweile schneide ich einfach Zwiebeln, um zu weinen. Nein. Nein. Okay, Michelle. Haben wir noch Zeit für eine kleine Bonusrunde? Die Challenge hast du gewonnen. Zu 100%. Das gestehe ich dir ein. Du darfst mich schwer am Herzen zweimal verbrüllen. Zwei mehr verbrüllen. Nein, nein, nein. Zwei Schläge. Zwei Schläge. Hä, war die jetzt nicht gerade irgendwo? Ich komme ehrlich mit den Bildern manchmal nicht zurecht. Oh, nerd. Ist das Sania? Nee, die hat blaue Haare. Ah, da ist doch Sania, oder? Äh, oder? Keine Ahnung. Äh, nee. Frag mich nicht. Nee. Ich, äh, ich glaube, das war sie nicht. Hallo? Ich, äh, ich suche hier Sania. Wird niedergestochen. Hier hat sich jemand versteckt. Hier hat sich einfach in den Artikeln versteckt. Als nächstes soll ich hier den orangenen Power Ranger töten, ne? Oh, den musst du ja auch töten. Ich habe den nicht gefunden. Der versteckt sich am Ende. Aber ich glaube, ich sehe ihn. Der sieht weiß. Hä, hat der komplett orange rum? Ja. Oder brauchst du ein bisschen weiß? Weil wenn dann... Der geht gerade zur Mitte. Ah, okay. Weil hier fährt einer mit. Ich glaube, das ist Bruce. Ja, ist er. Kannst du nicht einfach der sein? Dann bin ich dich einfach so... Also die Bonusrunde hätte ich ja jetzt easy peasy gewonnen. Ja, klar. Ja, kaum ist kein Wettkampf mehr hier, besiege ich dich. Ich... Merkst du mal, was für ein Profispieler bin ich? In Wahrheit habe ich dich einfach nur gewinnen lassen. Vielleicht. Ich würde niemals verlieren. In der Tat, du hast mich einfach gewinnen lassen. Ich habe nicht wirklich... Vielleicht stehe ich ja auf Schläge. Oh, mein Killer, mein Killer, mein Killer. Oh, du hast die meisten Ziele gerichtet. Ich habe doch nur zwei Leute getötet. Also die anderen haben nicht mehr als zwei Leute getötet. Das ist ja fast so eine schlechte Statistik wie Michelle. Möchtest du auch noch die Abmoderation machen? Ich, warte, warte. Ich, ich, ich sage es vor, du sagst es nach, okay? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen... Ich würde sagen... Wir sehen uns. Wir sehen uns. Morgen Abend. Morgen Abend. So ein neuen Logisch-Video wieder. Bis dann bleibt ihr logisch. Haut rein. Und logisches Cheerio. Ciao.